Während ich noch von meinem neuen Cabrio träume, schraubt es schon ein Computer in den Werkshallen meiner Lieblingsmarke zusammen. In meiner Lieblingsfarbe, mein Traumauto. Woher der Computer ist, kennt klar. Aus der Summe meiner Suchanfragen bei Google etwa, bei mobile.de oder einer Unterhaltung mit einem Freund über WhatsApp. Die vierte industrielle Revolution, kurz Industrie 4.0, steht vor der Tür. 4.0, das steht nach der Einführung von Maschinen, der Massenfertigung und der digitalen Revolution für den nächsten Schritt. Da weiß die Maschine, was ich will, stellt es her und liefert es mir frei aus. Super. Die Industrie ist elektrisiert. Endlich kann sie produzieren, was gewünscht wird, kann auf veränderte Wünsche flexibel reagieren, punktgenau ausliefern und sogar das Recycling der Waren garantieren. Ein perfekter Kreislauf, in dem Mensch und Maschine Computer und Daten zusammenspielen, zum großen Glück der Menschheit. Das glaube ich nicht, denn es geht ums Geld, wie immer klar. Industrie 4.0, das hört sich super an, klingt nach rosiger Zukunft. Doch was unsere wirklichen Wünsche sind, was wir tatsächlich brauchen, das ist industriell nicht herzustellen. Das wird vielleicht die nächste Revolution bringen, die hieße dann Hoffnung 5.0 oder Liebe 5.0 vielleicht, keine Ahnung. Denn was bringt mir mein neues Cabrio ohne Hoffnung auf Sonne oder die Herzdame an meiner Seite.